Ich arbeite mal weiter. Solltest auch drüber nachdenken. Ich arbeite gerade. Alle visuellen Hinweise sind da. Keine Zeit für Geplauder. Okay? So. Ah, Sean. Der gute alte Sean. Aber diesmal ist er netter geworden. Na los, Sohn. Wir haben zu tun. Natürlich haben wir immer. Okay, dann gehen wir mal wieder rein. In den Animos. Okay. Dann mal los. Dann mal los. Dann mal los. Sequenz für Kanatisjantorn. Grenzland jedenfalls. Was auch immer. Was auch immer. Was ist schnell als hier alle? Oh, Gott, Mann! Das war's. Das war's. Das war's. Jetzt können wir Sherlock Holmes mäßig Sachen finden. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das eine Kind ist aber ganz schwer zu finden, mein Freund Okay, suchen wir erstmal weiter ZDF für funk, 2017 Number 1 So, wo seid ihr kleinen Scheißer? Da bist du Special Mind Shrek habe ich angewendet Komm, wir machen den letzten noch Wow Das habe ich nicht geschafft, weil ich nicht in der rechtseiligen Zeit und keinen Fehler gemacht habe Super So, wo seid ihr? 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 Mich findet keiner So, wo seid ihr? 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 Wir haben Fragen an eure Ältesten. Sag uns einfach, wo dein Dorf ist, Bursche. Dann kannst du gehen. Tu, was er verlangt, Kind. Ich brech dir den Hals, weißt du? Nur ein bisschen mehr Druck. Und knack! Schon ist dein kleines Lebenslicht verloschen. Du bist ein Nichts, nur ein Staubkorn. Du und dein ganzes Volk. Ihr lebt im Dreck wie die Tiere. Begreift nicht, wie die Welt wirklich funktioniert. Die Weisesten unter euch erkennen die Zeichen der Zeit. Sie werfen sich uns zu Füßen und winseln um Gnade. Doch du nicht, Scheintes. Nein, du klammerst dich an euer Leben. Bist zu dumm, es zu begreifen. Aber ich bin kein Unmenschen. Ich verschone dich, damit du deinem Volk davon berichten kannst. Lass sie wissen, je früher wir bekommen, was wir wollen, desto eher könnt ihr zurück zu eurer primitiven Existenz. Ein guter Tausch, oder nicht? Wie ist dein Name? Ah, Charles Lee. Warum fragst du? Damit ich dich finden kann. Da freue ich mich drauf. Oh Mann. Charles Lee, dieser Wichser. Nur weil er jetzt Template ist, denkt er, kann er sich alles erlauben. Nach keinem paar Jahren Templar. Ist jetzt soweit, ne? Kannst du ein bisschen arrogant sein, ne? Aber hier diese Rauchwolken hier. Oh fuck. Das Dorf brennt, Alter. Isto! Isto! Was ist der Gott? Mutter, wo bist du? Ich kann hier nicht rein. Ich kann hier nicht rein. Wir schaffen das. Ich kann hier nicht rein. 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 Ich kann hier nicht rein.